Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Ja, und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wenn du so eine fiese, fiese, blöde Erkältung hast, ob es da nicht noch mehr gibt, als nur zu Hause zu sitzen und sich zu entspannen und sich Ruhe zu gönnen und sofort zum Arzt zu rennen mit den klassischen Mittelchen, die der Arzt so verschreibt. Du kannst eine ganze, ganze Menge tun. Und ich habe für dich noch mal ein kleines bisschen recherchiert und habe dir mal ein paar Pflanzen mitgebracht. Ja, richtig tolle Pflanzen, die du gegen Erkältung gezielt einsetzen kannst. Und bevor ich dir jetzt diese Pflanzen ans Herz lege, sage ich dir direkt, es gibt sie als Tees. Du kannst sie inhalieren, du kannst sie aber auch über die klassischen Tinkturen zufügen und so weiter. Also wenn dich da was anspricht, dann geh am besten mal zu deinem Heilpraktiker, der Heilpraktikerin deines Vertrauens oder in einer guten Apotheke bekommst du eben auch viele von diesen Pflanzen. Und die wissen eben auch noch, wie man die wirklich anwendet. Ich bringe dir aber hier in die Shownotes auch noch mal das Buch von Hildegard von Bingen und von Meria Treben mit rein. Das sind nämlich die zwei Bücher, die ich auch zu Hause habe. Und wenn ich mal was mit Heilpflanzen nachschlagen will, dann gucke ich da immer nach. Im Übrigen so eine klassische Erkältung. Man sagt ja, die kommt drei Tage, die bleibt drei Tage und die geht drei Tage. Also es ist schon so, dass dein Körper auf der natürlichen Art und Weise eben auch ein bisschen Zeit braucht, um sich dagegen zu wappnen. Und die meisten Erkältungen entstehen durch Viren und zwar die sogenannten Rhinoviren. Und da gibt es ganz viele verschiedene, über 200. Und Antibiotika helfen gegen Viren überhaupt gar nichts. Also es wird viel zu oft und zu schnell verschrieben. Deswegen probiere es doch erst mal mit den klassischen Hausmittelchen, die man so kennt. Und vor allen Dingen mit den Pflanzen, die ich dir heute mitgebracht habe. Ja, das erste ist der Schachtelhalm. Ich weiß noch nicht mal, wie der aussieht, um ehrlich zu sein. Der hat einen ganz, ganz hohen Gehalt an Kieselsäure. Und die Flavonoide, die da quasi drin sind, die Saponine, die haben eine ganz, ganz stärkende, immunstärkende, anti-entzündliche und anti-mikrobakterielle Eigenschaft. Also Halleluja, schwer auszusprechen. Und es gibt ja diesen Schachtelhalm eben auch in vielerlei Varianten. Also schau einfach mal, dass du vielleicht mal dich mit Schachtelhalm versorgst und du da vielleicht einen guten Tee holst oder vielleicht auch damit inhalierst oder eine Tinktur dir besorgt. Also Schachtelhalm wirkt auf jeden Fall. Dann, das hat mich wirklich gewundert, hätte ich nicht gedacht, der Eibisch. Ja, der Eibisch ist ganz reich an entzündungshemmenden, reizlindernden Stoffen. Und der erzeugt auch, wenn man dann eben auch so eine Art Brei macht, sowas gibt, das habe ich gelesen, eben auch so eine schleimige Art und Weise, der sich gut in deinen Hals legt und dann eben für Linderung sorgen soll. Und die Nummer drei, die ich dir mitgebracht habe, ist super, super, super gesund. Findest du in rauen Mengen bei dir im Wald, beziehungsweise irgendwo, wo ein Waldstück ist. Und die Rede ist eben von Löwenzahn. Gut, vielleicht nicht unbedingt am Wald, aber bei uns ist es vor den Wäldern. Also ich sehe dauernd Löwenzahn. Du musst mal gucken. Und die Feinschmecker, die leben eben auch den Löwenzahn. Damit kann man ja tolle, tolle, tolle Sachen machen. Gibt ja auch Löwenzahnsalat, habe ich auch schon gemacht. Und heute weiß man, dass dieser Löwenzahn so viele positive Eigenschaften hat. Ich schmeiße mir den auch immer in den Smoothie rein und mixt den. Ich werde das, glaube ich, jetzt auch mal probieren mit dem Schachtelhalm. Mal gucken. Muss ich mal recherchieren, ob ich den einfach so da reinschmeißen kann. Aber auf jeden Fall ist es so, dass der Löwenzahn, ähnlich wie der Ginseng, der wird ja als der Ginseng des Westens bezeichnet, ja, so voll ist mit stärkungsreichen Inhaltsstoffen für dein Immunsystem, dass du das auf jeden Fall auch mal ausprobieren sollst, wenn du eine Erkältung bekommen hast. Und die Kamille, die kannten nicht nur die Germanen schon und haben die ordentlich eingesetzt. Kennst du auch, die ist extrem stark entzündungshemmend, krampflösend und die hat auch eine antibakterielle Eigenschaft. Also hier auch mal Wickel zu machen mit Kamille, auch so mal so einen Dampf wirklich zu nutzen. Also wenn du diesen Kopf so über so einen Topf mit dampfendem Wasser hältst und inhalierst, also mit guter Kamille, ist auch unglaublich heilsam. Die Eiche, die enthält ganz viel Quercetin, ein unglaublich starker Antioxidant und hat eben auch einen ganz, ganz starken Effekt für dein Immunsystem. Und die Schafgarbe, hört man immer wieder, ist auch so gesund, die enthält ganz viele Gerbstoffe und die ist imstande, aufgrund dieser Gerbstoffe eben Erkältungserreger anzugreifen, damit die erst gar nicht so richtig Fuß fassen können. Und die hat eben auch eine ganz wunderbare anti-entzündungshemmende Wirkung. Und ich habe sogar darüber schon mal einen Podcast gemacht über die Walnussblätter. Ja, die sind extrem gut bei Atemwegserkrankungen und diese Gerbstoffe, die eben in den Walnussblättern drin sind, die sind eben ähnlich wie bei dieser Schafgarbe eben extrem gut gegen diese Erkältungserreger. Und die bekämpfen die auch schon beim Eindringen. Also auch hier kannst du das ganz, ganz, ganz gezielt einsetzen. Also diese Pflanzenkunde ist ja eine Wissenschaft für sich. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, was die Pflanzenkunde betrifft, aber ich finde es großartig. Und ja, dieses alte Heilwissen, was deine Oma, deine Großoma oder Ururgroßoma vielleicht noch hatte und was vor allen Dingen diese Urvölker noch nutzen, das funktioniert bei uns auch. Nur wir haben es einfach, ja, vergessen. Und wie ich es am Anfang von diesem Podcast schon erwähnt habe, ich bringe dir in die Shownotes nochmal das Buch von der Hildegard von Bingen und vor allen Dingen von Maria Treben. Und ich muss dir sagen, auch ich schaue da immer wieder mal nach. Und warum denn nicht mal wieder dieses alte Heilwissen anzapfen? Und mal wieder schauen, was gibt es denn so für Pflanzen, die du benutzen kannst, damit du einfach schneller gesund wirst oder dass es leichter ist. Oder vielleicht auch das ein oder andere eben auch präventiv gezielt einsetzt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses alte Heilwissen so wertvoll ist. Und jetzt gerade, wo wir ja im Übergang sind zu einem neuen Bewusstsein, ist es umso wertvoller, wenn Menschen wieder dieses Wissen benutzen, um ihren wunderbaren Körper zu unterstützen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Einsetzen von dem Schachtelhalm, dem Eibisch, Löwenzahn, von der Kamille, der Eiche, der Schafgarbe und den Walnussblättern. Und wenn du damit Erfahrungen hast und bist so eine kleine Kräuterhexe, ja, oder hast schon ganz viel mit Kräutern eben hantiert und vor allen Dingen mit diesen ganzen Heilkräutern vor allen Dingen, dann schreib doch mal mir bei Instagram unter diesen Post, was du da schon alles rausgefunden hast. Ich finde das einfach so spannend und großartig, denn wir haben es wirklich teilweise vor der Haustür und die wenigsten nutzen das. Und denke daran, wenn es dich erwischt hat und es dir gerade nicht so gut geht, gönn dir auch ein bisschen Ruhe und gönn dir auch mal eine Zeit für dich. Das ist nämlich auch ein Hintergrund, warum Menschen eben auch krank werden. Manchmal brauchen wir auch mal eine Auszeit. Aber stärke dich eben auch von innen und fange wieder an, deine Lebenskraft aktiv aufzubohren mit eben den richtigen Heilpflanzen. Und vielleicht suchst du dir eins, zwei, drei, vier von denen, die ich dir heute genannt habe, eben auch aus und setz die ganz bewusst mal ein. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du richtig fit und gesund durch das Frühjahr kommst und dieses Jahr richtig toll und gesund schon gestartet bist und eben auch noch weitermachst und wünsche dir jetzt einen super, super schönen und vor allen Dingen auch vitalen und gesunden Tag. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.